Inserland entwickelt sich in die falsche Richtung. Wohnen, Lebensmittel tanken, alles wäre teurer. Wir gehen den ganzen Tag arbeiten und das gelang es nicht. Wir kriegen nichts und die Ausländer kassieren die Hälfte von den Mietbeiträgen. So darf es nicht weitergehen. Mit mir als Landeshauptmann wird es so nicht weitergehen. Die Südtiroler Freiheit setzt sich dafür ein, dass Wohnen wieder leistbar wird und Landesbeiträge zuerst Einheimischen zugutekommen. Es gibt eine Alternative. Wählen Sie Südtiroler Freiheit.